Unser tägliches Kaufverhalten hat große Auswirkungen auf die Umwelt und unsere Gesundheit. Millionen von Reinigungs- und Kosmetikprodukten sind auf dem Markt, doch kaum eins davon ist umweltfreundlich, wirksam und wirtschaftlich. Wäre es nicht schön, Produkte zu verwenden, die halten, was sie versprechen, ohne Schaden anzurichten? Diese Produkte gibt es bereits. Petra, ein zukunftorientiertes Unternehmen mit 30 Standorten in Europa, hat sich der fortschrittlichen Art zu reinigen verschrieben. Seit 2002 beweist Petra mit großem Erfolg, dass umweltfreundliche Produkte die effizientere und sinnvollere Alternative sind für Mensch und Natur. Du kannst dabei sein und diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben. Als Petra-Partnerin gehst du einer spannenden Tätigkeit nach und baust dein eigenes Geschäft auf. Wie das funktioniert? Ganz einfach, denn es sind keine besonderen Vorkenntnisse nötig. Alle Petra-Produkte stammen aus dem täglichen Bedarf und ihre Vorteile sind einfach überzeugend. Petra übernimmt dabei für dich Marketing, Internetauftritt, Abrechnungen und alle wichtigen Prozesse im Hintergrund. Verschaffe dir ein eigenes Bild, wenn dich die vielfältigen Vorteile der Petra-Produkte überzeugen. Werde Teil der Petra-Familie und starte in eine erfolgreiche Zukunft. Laura sucht einen Nebenjob. Auf einer Party probiert sie zum ersten Mal Petra-Produkte aus. Überzeugt hat Laura, dass sie ökologischen Petra-Produkte im Vergleich zu herkömmlichen Artikeln aus dem Supermarkt gründlicher reinigen und viel länger halten. Auf einem zweitägigen Workshop wird Laura zur Petra-Partnerin ausgebildet. Sie kauft für 59 Euro ein Starter-Set, das später einen Verkaufserlös von mehreren hundert Euro erzielt. Laura organisiert selbst eine Petra-Party, auf der sie Freunden und Bekannten die Produkte vorstellt und erste Kunden gewinnt. Da man bei Petra anständige Provisionen erhält und von 300 Euro bis zu einem Top-Gehalt alles verdienen kann, schließen sich ihre Schwester und eine Freundin an. Laura kann schnell eine eigene Gruppe aufbauen, an deren Verkäufen sie eine bis zu 40%ige Prämie erhält. So lohnt es sich doppelt für Laura und ihre Gruppe, denn durch jede geworbene Petra-Partnerin erhöht sich der Gesamtumsatz der Gruppe. Laura und ihre Gruppe erhalten nicht nur Provisionen, ihr Einsatz wird auch mit Geschenken von Elektroartikeln bis hin zu Traumreisen belohnt. Zweimal im Jahr gibt es in Luxushotels die internationalen Petra-Champions-Treffen. Hier gewinnt Laura nicht nur gute Freunde, sondern erhält für ihre Leistung auch einen Dienstwagen. Auch die Natur bekommt etwas zurück. Über 40.000 Bäume hat Petra schon für den Einsatz der Petra-Partner gepflanzt. Es kann so einfach sein. Nutze deine Chance und erfülle dir deine Träume.